Oh, nächstes Level. Neues Glück. Bin gespannt. Das kann nur besser werden. Ja, schöne Hintergrundfarbe hier, dieses Lila. Aber gar kein Gegner. Find ich gut. Der läuft auf. Oh, da kommt doch einer. Oh je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je. Auf der schneller. Auf der schneller. Ich kann nicht noch schneller. Das ist eine Sprintkaste. Oh, oh. ich habe es geschafft ich glaube die verarschen einen hier total ich frage mich auch was die entwickler hier genommen haben also diesen level oder allgemein als ich würde sagen wir haben schwarze kugeln geraucht da kommt etwas von vorne nicht nicht springen jetzt springen ich bin durchgekommen ich weiß nicht ob wir beide darunter durchkommen ja ich vermute einer muss rüber springen und einer einer muss durch ich denke so läuft das wäre echt mittlerweile meine vermutung nach bei versuchen hier aber ich habe echt immer angst dass die aber die holen nicht auch irgendwann ich dann kommt gleich vorne die kugel wenn ich mich überholt da bin ich zu weit gesprungen also zu bringen aber ich habe es geschafft rüber zu springen also das ist prinzipiell möglich egal du bist bei mir viel früher du darfst bei mir nicht bei mir immer noch am anfang die haben scheinbar nur zwei drei versuche du weißt zwei drei versuche ja mehr hast du also du hast schon wieder eine einladung also das kann ich schon ein bisschen dem spaß am spiel nehmen ja was auch sagen wenn wir das innerhalb der nächsten halbe stunde weg bugs weiter nicht schaffen dann lassen was auch dann geben beiden erklärungen ab das letzte level dann würde ich sagen starten mit verbindung zum anderen spieler verloren ich versuche mich noch mal einzuladen ja ich würde sagen laden das letzte level auch mal und dann zeigen wir es noch einmal und sobald der fehler auftritt sagen wir halt dass wir das hier immer hatten bei den versuchen also ich würde für den fehler ruhig dann halt zeigen aber du siehst dass ich mich nicht mehr bewege weil mir sieht es halt ein bisschen noch drastisch aus aber ich habe bei mir auch schwarze kugel also diese kugel die einfach ein strumpender luft stehen ich habe zum beispiel dass einer beim ersten sprung nach unten durch den boden durchfällt ja ich denke das sagen also wenn das halt jetzt nicht was man den ton leiser machen aber aber schade weil ich glaube wir haben die stelle fast geschafft ich glaube wenn man das da geschafft hat neuer level ja und mehr spaß aber bisher ist ruhig ja bisher finde ich gut so kann der level weitergehen da fiel grad noch was runter glaube ich ja da glaube ich hast du recht noch mehr lauf schneller da hinten habe ich glaube ich außerdem so und so was hier die so ein tor glitzern sehen ein tor ist bei mir schon wieder bach immer noch ja ja leute wir haben gerade hier bei dem versuch nochmal überrascht getan realität ist wir sind an dem level jetzt seit einer guten stunde dran und ihr seht dass leute sterben ohne grund fallen durch den boden was auch immer ja ich habe bei mir regelmäßig die kugeln sind an festen positionen bewegen sich überhaupt nicht was halt auch blöde ist weil man kommt manchmal einfach nicht vorbei ja zwischendurch haben wir es auch dass einer durch den boden fällt und dann einfach weg ist werden auch schon dass bei bacon das komplette spiel auf dem kopf war bei mir war es schwarz wir haben eigentlich sehr viel spaß aber aktuell ist leider dieses level extrem bagi und wir können es ja gerne noch mal einmal probieren naja ist jetzt war es glaube ich gerade wieder entpackt jetzt ist es bei mir wieder bagi er bewegt sich bei mir nicht mehr ich habe mich bewegt aber du bewegt sich nicht und jetzt fällst du immer ja das ist aber schön um zu zeigen was gerade passiert und warum wir das leider ja warum es leider nicht zu ende zeigen können vielleicht werden wir einfach wenn es wirklich ein bug ist wir schauen vielleicht dann einfach irgendwann in dem jahr wenn wir alles vergessen haben noch mal rein aber ja sollte es sonst ich meine du nimmst das spiel auch ein tick vor der eigentlichen sendung auf sollte es in der zwischenzeit ein patch für geben wenn wir natürlich beobachten und euch dann sonst auch sprechen natürlich dann noch vielleicht geht das wieder zeigen ja ja schade schade weil auch wenn es manchmal anders anders klang also spielt man schon viel spaß gemacht ja es war auf eine besondere art jetzt schon einmal versuchen es ist fordernd und ja manchmal frustrierend fordern aber es macht auch zum großen teil wirklich spaß ja gleich kommt die kugel einfach nicht springen ja jetzt springen jetzt wieder überholt ja und jetzt ist bei mir wieder bagi ja gut ist der grund warum wir euch das jetzt leider aktuell so nicht zum ende zeigen können wie gesagt wir achten einfach drauf sollte es dafür ein patch geben ja wenn wir uns das sicherlich noch mal angucken ja aber aktuell müssen wir es leider erst mal an dieser stelle abbrechen hoffen natürlich dass ihr trotzdem ein bisschen spaß mit uns chaoten hattet und ja hier für euch ich mal euch noch ein herz naja ich weiß ich kann nicht malen warte dann machen wir mal das bitte noch mal also ich muss meinem kurs und einmal ausklingen lassen ja moment ich muss auch ausklingen lassen dann mache ich hier so ein pfeil durch wie schön ja ja danke fürs zuschauen und schaut einfach bei unseren anderen spielen sein wenn ihr ein wenig spaß mit uns haltet bis dann bis dann